oder zwei euro wie ihr wollt mädels kann man da genauso viel gewinnen egal mit zwei oder drei euro da macht zwei dann geht es aber denkt dran wahrscheinlich wird man nichts gewinnen ist nur spaß ja ja meine kinder ja meine kinder ja meine kinder ja meine kinder und jetzt habe ich gedrückt also vier jetzt hochdrücken ja das ist doch zehn gut gut jetzt bin ich aufgeregt oh scheiße machen ist egal Mensch zieh durch jetzt zieh es durch Zieh's durch. Das ist schwer. Bis hoch. Ich kann nicht hingucken. Ja! 40 Euro schon, wenn sie jetzt verdrückt. Wenn sie jetzt verdrückt. Zieh durch! Zieh durch! Ja! Ja! Baby! Ja! Oh, Baby! Ja, Baby! Geil! Wie er auch umstehen bleibt! Mega! Ich hab's nicht... Oh Gott! Ja! Das ist eh ein Scheiß. Geil! Das hat das Urleicht auf der Kopf. Baby! Ihr habt wieder 826. Ich war viel! Geil! Oh, Gott! Ey, Geil! Ja, das war's.